Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns mal wieder den Daily Shop an. Und wenn ihr euch jetzt fragt, na sofort. Du bist in einem Daily Shop Video dabei unter der Woche. Ja, vielleicht darf ich jetzt mal explainen hier. Was soll ich da explainen? Der sofort hatte Wildfleisch an seinem Fußzeh. Und das ist schon ein bisschen länger. Und das hat er sich wegschneiden lassen. Ja und deswegen kann er morgen nicht in die Schuhe gehen. Also heute dann. Heute? Es sieht ziemlich eklig aus. Und vor allem seine Mutter, meine Holde, Gattin, die Maid, die hatte das auch noch gefilmt. Und dann wollten die zeigen mir die Wahl. Boah, Alter. So mega eklig. Herr Gleich hat genau das gleiche gehabt wie ich. Herr Gleich hat genau das gleiche gehabt wie ich. Und ja, bei ihm war es so, der hat sich gar nichts angeguckt. Ich habe mir alles angeguckt. Er guckt sich gar nichts an. Ich guck da nicht hin. Auf jeden Fall haben wir heute einen neuen Shop. Und zwar haben wir einmal hier den Führer, 2 neuen Skins. Einmal den Führer. Ich finde die 2 neuen Skins mega heftig. Also den beiden gebe ich 9 von 10. Oder der gebe ich 9 von 10, dem anderen gebe ich 10 von 10. Ich zeige es mal. Die sieht ziemlich cool aus. Der sieht mega krass. Er hat mich irgendwie ein bisschen an der 100. Hast du ja noch nicht gesehen. Darf ich ja nicht. So, weiter. Dann gucken wir mal bei der Mann hin. Der sieht natürlich auch mega cool aus. Das ist krass. Also den gebe ich 10 von 10. Alter, zeig mal, zeig mal dem. Boah. Sieht fett aus, ey. 10 von 10. Du kannst ein Ding kaufen. Oh shit. Du kannst dir den holen. Du würdest dir den nicht holen? Nö. Alter, das ist hundertmal geiler als Ragnarok. Nö. Aber, äh, klar, der ist besser als Ragnarok. Er sieht cool aus, muss ich nicht sagen. Er ist besser als der, sorry. Leute, welcher von beiden ist besser? So, jetzt guck mal, welcher von beiden verschmilzt besser mit der Schneelandschaft? Das ist was anderes. Ja, zur Tarnung bin ich besser. Ja, warte, zum Aussehen bin ich besser. So. So, okay. Ja, jetzt haben wir noch keine Noten. Du hast die Noten schon gegeben, ich aber noch nicht. Wie viel? So, in beiden Fällen neun. Okay. Dann haben wir Battle Axe. Wow. Shit. Alter, die sieht mal richtig krass aus. Ja. Die sieht mal richtig fett aus. 10 vor 10. Alter Vater, die sieht geil aus. Vielleicht hole ich mir die. Okay. 10 von 10. Ja, 10 von 10. Finde ich auch mega. Oh mein Gott. Das ist mein Standardleiter, der mir gefällt. 7 von 10. Ja, finde ich auch geil. Kommt hin. 7 von 10. Oh, battle pastires. 0 von 10. Autoclave. 4 von 10. Haben wir ja schon sehr oft gehabt. 5 von 10. Ja, kommt drauf an. Je nachdem ob ich einen guten oder schlechten Tag habe. Heute geb ich mal einen Ruf. Okay. Assault Trooper. 0 von 10. 3 von 10. Desperado. 1 von 10. Na den finde ich, der sieht wirklich kacke aus. Ja. Ich finde, der Desperado sieht wirklich scheiße aus. Ja, der kriegt von mir 2 von 10. Dingo. 1 von 10. 1 von 10. 2 von 10. 2 von 10. 2 von 10. 2 von 10. Ja, den benutzt du sehr oft. Den benutzt du wirklich sehr oft. Den benutzt du wirklich sehr oft. Den muss man eigentlich 10 von 10 geben. Den muss man eigentlich 10 von 10 geben. Den muss man eigentlich immer. Ja, in geschätzt jedem Spiel. Ja, Leute. Wenn ihr euch das begeht. Ja, ja. Okay, wenn du sagst, wir wollen wie du zusammen reinkaufwandt bist, dann wirst du noch was machen. Dann wirst du wirklich sehr oft. Puh.